Die Natur ist einfach unvergleichlich. So frisch und so rein. Und das schmeckt man auch. Ein tolles Erlebnis. Krombacher. Mit Felsquellwasser gebraut. Krombacher. Eine Perle der Natur. Ich darf nicht immer anfassen. Ich darf noch recht herzlich begrüßen den Vorsitzenden des Fußballkreises, Herr Georg Eicher. Genießen Sie spannende 19 Minuten mit Krombacher. Eine Perle der Natur. Brüper. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Genießen Sie die Halbzeitpause. Mit Kornbacher, eine Perle der Natur. Genießen Sie die zweite Halbzeit. Mit Kornbacher, eine Perle der Natur. 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 Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.